Also ich starte jetzt mal und es läuft das Ding und ich starte 1, 2, 3. Ska Bitsoumour heute hier Tag 2 beim London International Ska Festival und wir haben hier unsere Jungs, Skaos aus Deutschland. Vielleicht gleich die erste Frage, wie fandet ihr es heute Abend hier beim Ska Festival zu spielen? Ehrliche Meinung? Ehrliche Meinung? Ziemlich viel mitgealtertes Publikum. Und wir waren ja die zweite Band heute und es war ja so ab und zu sagen... Das ist der Wäuer! Ja! Das ist der Wäuer! Das ist der Wäuer! Das ist der Wäuer! Das ist der Wäuer! Ja! Und das hat aber echt richtig Spaß gemacht auf jeden Fall, weil die Leute, die wir waren, sind auf jeden Fall mit abgegangen. Ja! Und das war ja auf jeden Fall wichtig. Das ist ja eigentlich die Hauptsache immer, oder? Ja! Und es ist überhaupt ein Spaß, mal wieder da einiger zu kommen. Weil bei mir ist es mittlerweile 13 Jahre her. Und vor 13 Jahren war ich ohne Band und mit Band war ich wirklich vor 21 Jahren. Perfekt! Das wäre so meine nächste Frage gewesen, wie lange das schon her ist. Aber da stelle ich einfach eine andere. Und hat sich irgendwas verändert so von der Stimmung im Publikum? Damals war auch noch eine ganz andere soziale... Damals war noch die Maggie Thatcher an der Regierung in England. Und du hast gemerkt, da waren die Leute auch ganz anders drauf. Und wir waren jünger und es war damals noch viel mehr so soziale Themen. Da spielten bei der ganzen Musik noch eine ganze Rolle. Und es war so eine Stimmung irgendwie noch so hier. Wir wollen irgendwo dagegen sein. Wir wollen wo oder dafür sein und dafür kämpfen auch musikalisch und so. Und das schwappte über zum Teil ja auch insgesamt die Skar-Anhänger nach Deutschland und so. Und auch so damals in England, das war einfach geil. Weil zum ersten Mal so aus allen möglichen verschiedenen Kontinenten so Bands zusammen kamen. Deswegen war das damals vor 23 Jahren toll. Mittlerweile auch die Kommunikation hat sich ja verändert irgendwie. Mittlerweile über das ganze Rap. Damals konntest du nur irgendwie Kassetten verschicken per Post. Und das war wirklich der andere Zeit. Und ja, das war irgendwie... Ja okay, wir sind alle andere Menschen. Wir haben zum Teil Familie und so. Deswegen habe ich heute zum Beispiel zu Kollegen gesagt, mir kommt das vor wie auf so 30, 40 Party heute irgendwie. Und bei uns in der Gegend in Deutschland zum Teil oft du kommst und du hast wirklich auch junge Leute im Publikum die abfahren. Wo man irgendwie denkt, man hat noch den Quad irgendwie zu den Leuten. Kannst du aktivieren mit der Musik. Irgendwie das ist hier in England, kommt mir das nächste fort und du denkst irgendwie, irgendwie das geht, das ist eine ganz andere Schiedevorhang. Ja. Schublade irgendwie. Da hier kommen keine jungen Leute. Vielleicht noch höchstens die Kinder des alten Publikums, die da irgendwie noch so beeinflusst sind. Also so erscheint mir das hier so ein bisschen. Ja. So ein bisschen die Zeit stehen. Wobei ich es irgendwie geil finde, irgendwie auch mal die ganzen auf dem Festival, die alten Stars, die ich noch nie irgendwo live gesehen habe, hier vielleicht erleben zu können. Das ist wieder ganz interessant für mich. So persönlich. Wie ist denn das jetzt zustande gekommen, dass ihr hier spielt? Ich hatte davon gehört und dachte mir irgendwie so, hey, coole Sache irgendwie. Daniel war schon damals dabei. Ja. Ich schreib den mal an, hey, das wäre eine Ehre für uns. Ja. Und dann schreib das so, hey, ich hab dir vor zehn Tagen eine E-Mail geschickt, wo ihr da spielen wollt. Ja, ja. Das ist bei mir ein Slam gelandet. Ja, ja. Und so war das so. Und dann ging es nur so am Weg. Geht nichts mehr, oder? Ja. Grüße. Okay. Okay. Wo waren wir stehengeblieben hier? Achso, machen wir die ganze Frage nochmal. Also, wir sind jetzt hier draußen, weil es drinnen ein bisschen lauter geworden ist. Und die Frage war natürlich, wie das zustande gekommen ist. Du hattest gerade erzählt, die E-Mails sind hin und her gegangen, bis es dann irgendwie feststand, dass ihr dabei seid. Ja, genau. Also, ich hatte den Promoter, den Kevin, äh, Kevin, das war nicht Kevin, den Sean, Flawed You, angeschrieben, wie wär's denn, wir hätten echt Bock da zu spielen. Und der hatte dann irgendwie zurückgemeldet. Ich hab dir vor zehn Tagen eine E-Mail geschrieben. Ja. Wie wär's, wenn ihr da spielt? Schicksale. Bei mir im Span gelandet, leider. Aber so kamen wir irgendwie zusammen. Dann ging's doch irgendwie ein bisschen um die Gage. Da mussten wir irgendwie auch ein bisschen was für die Flüge drauflegen. Naja. Äh, aber da dachten wir irgendwie, so ein Trip nach London ist irgendwie, ist uns was wert. Ja. Machen wir mal mit. Äh, ja, vielleicht zum Abschluss nochmal, äh, wo kann man euch als nächstes, äh, sehen in der Schweiz, oder in Deutschland, oder überhaupt in Europa? Ja, als nächstes äh, äh... Also eher in Süddeutschland. Die nächste Zeit, äh, ich glaub jetzt die genauen Dates im Kopf irgendwie auf www.staros.de, oder nachgucken. Das ist irgendwie irgendwie, äh, in Pilsing, ähm, äh... Ja, äh, äh, ich denke, das ist okay. Ihr seid auf jeden Fall unterwegs. Wir sind unterwegs. Ja. Haben jetzt nicht irgendwie eine Tour oder so, aber sind irgendwie so dreimal, zweimal im Monat oder so. Okay, cool. Ja, unterwegs sind ja mittlerweile auch schon einige Familienfehlteile in der Band. Ja, sehr gut. Äh, aber das Ding gebraucht. Ja, okay. Und vielleicht irgendwie eine neue Platte geplant? Ja, geplant, geplant. Ist gut. Wir haben, wir haben mittlerweile einen Haufen neue Songs. Ja. Die eigentlich drauf warten, dass man endlich mal das Ganze konkret wieder festhält. Und, äh, wir hoffen, dass dieses Jahr noch was draus wird. Oh, das wäre natürlich wunderbar. Das Chaos gibt ja immer so diese, diese Zeit, diese Zeit, in der Wald fünf Jahre ist bei uns. Ja, ja, ja. Und, äh, kann man schon so ein bisschen, äh, ahmen, in welche Richtung das geht? Oder traditionelles Chaos? Nee, gerade, ähm, ja, es stimmt wieder irgendwie, es sind vielleicht ein paar Überraschungseier dabei. Okay. Gut. Aber zumindest abwechslungsfrei. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Interview. Danke. Hat mich sehr gefreut. Danke. Vielen Dank.